ja damit ein herzlich willkommen zu fucker bei mir schön dass wieder einschaltet in der letzte folge sind wir in einen höhle reingang jetzt müssen wir aus der höhlen kommen und das machen wir auch jetzt was soll das ratte hau ab wie ist das weißt du was tektoren von oben und bäm tot von oben das war nice wie geht so einmal hier vorne verbrennen was um brenn ich meine wo 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 wien mit oh mein gott was erlassen kopfschuss was haben wir hier vorne oh so was ist das denn aha hier ist ein weg hm moment mal da war ja noch ein weg ich gehe erstmal dahin und dann können wir weiter vielleicht gibt es hier was wo war das oh nein 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 scheiße oh 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 ach du scheiße sterb du Arsch sterb wieder abgeht und takedown haha ich war schneller du alter oder da kommt noch einer da kommt noch einer bah voll auf den Arsch getroffen geht mein Fall her so was haben wir hier ja mit Tasche untersuchen so nehmen wir mal alles mit geht geht Was ist das? So, weiter geht's. Hä, hier war ich doch. Also muss ich nach oben. Okay, das machen wir auch. So, Blut von Noros. Seltener Blut von Noros bekommen. Oh. Oh. So, hier. Okay, wie kommst du denn jetzt darüber? Moment mal. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Stelle, wo ich mit Greifhacken... Ah, da. Okay. So habe ich mir das auch gedacht. Und... Jawohl. War ja ganz easy. Wie groß ist die Höhle? Es geht weiter. Oh. 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 möchte ich mal sehen So, Double Headshot Oh 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 nein, oh nein Haha Vollidiot So, den hätten wir auch Wow Kann ich überhaupt was bauen? Ne Weißpfiff Well, Darkspell, okay Nordschweiz Nordschweiz Schwarzstein Oh, Plutonoros war das Alter wie groß ist sie hier? Ich hoffe ich komme hier aus der Höhle in dieser Folge raus Da ist Gegner Komm her Was haben wir gegen ihn da? Was haben wir gegen ihn da? Was haben wir gegen ihn da? Ach du Gott, da sind überall Gegner Ähm Weißt du was? Komm her Komm her So, Falle Oh Oh Schlepp du Wichser Oh, schnell rein, schnell rein Oh 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 Weißt du was? Weißt du was? Was? Killt euch selber einfach Oh Und Die Die Tooten sich das Obwohl, sehr schön so wie ist er denn um ein Wotkuchen hier so lassen so einmal kurz untersuchen und dann weiter geht's so 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 was haben wir denn hier doch was ist das denn für ein knopf ach das dinosaurierkopf oder was krass sieht der geld aus was haben wir hier nasson aber wie heißen die was ist das irgendwas quietscht da die ganze zeit krass und da haben wir noch eine knochen was ist das ok nasson ach du scheiße hier sind überall knochen oh oh ziehleine ziehleine schnell raus schnell raus w 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 woin jetzt so ab nach oben krass wie der horn so lange sei jadi schlecht so ich glaube wir sind jetzt raus oder ja licht endlich ja war ziemlich geile höhle fand ich mit dem dinosaurier knochen und so bin ich denn jetzt ach du gott wo was haben wir hier was war das so weh schritt naja ach das war mein säbelzahn ich dachte schon was geht denn da ab so machen wir mal die mission hier was ist das für eine mission weniger helfen bis hier töten ok ist ja nicht weit ist aber weg hier vorne hoffe ich auch nicht ausfangen ja ok das dort ein wenig aber das ist ja nicht so schlimm oh mein gott ja da bin ich schon das heißt jetzt da bin ich schon immer noch nicht da jetzt aber hoffe ich ach man wo 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 alter schenk yofest jetzt gehen ross攻 was möchte ich jetzt noch da oben venture helfen okay okay das machen wir das weit keine lust oder schwierigkeit schwer kommen wir machen die hier dass wir da oben sind dort noch 100 jahre wo so die muss ich jetzt beschützen sassen komm her, brauchst heilung komm her, hab ich gesagt schnell zurück, schnell zurück komm her, komm her, komm her komm her, komm her komm her, komm her komm her so, mission abgeschlossen manager helfen, verteidigen, ok ja, ja vier neue bewohner, sehr schön ja, lieber von, ich würde mir sagen, wir machen mit dieser Folge hier Schluss und wir sehen uns natürlich in der nächste Folge ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ja